Ja, ich glaube, es war ein sehr interessantes Spiel für die Zuschauer. Es war total anders als die erste Halbzeit als die zweite Halbzeit. Viele Negativ von uns in der ersten Halbzeit, viele Positiv von uns in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir das Gefühl, dass der Flow von Stuttgart gerade. Sie haben sehr gut gespielt, was sie in den letzten Spielen gemacht haben, gegen uns heute. Sie haben sehr gut gemacht, es ist die Halbzeit und wir haben mit den Jungen gesprochen. Das Beste ist das Ergebnis. Es ist nicht nur 1 zu 0, wir sind live. Und wir müssen korrigieren, etwas taktisch, etwas emotional, etwas Energie. Und wir haben besser gemacht, mit besserer Kontrolle, ruhiger mit dem Ball, nicht zu schnell. Wir haben besser kontrolliert, genug Chancen geschafft. Das Tor war sofort nach der Halbzeit. Aber wir hatten genug Chancen. Aber ja, ich glaube, das Unentschieden ist gerecht. Gerecht. Einen mehr Punkte. Und wir weiter rennen. Vielen Dank.